Servus, liebe Bayern, herzliche Grüße aus Barcelona. Wenige Stunden vor dem Spiel in den Gassen der Altstadt habe ich es gefunden. Es sind nicht alle 13, also eine kleine Truppe, aber sie sind stellvertretend für die 13 Höslwanger. Stellvertretend für viele tausend Bayern-Fans, die hierher gekommen sind. Die Höslwanger, grüß euch Wurschen! Habe ich gehört! Bezweifelt ihr daran, dass die FC Bayern heute ins Finale einzieht? In diesem Sinne! Buenas Dias und Dama Drucker! Servus! Buenas noches!